Ich bin Emre, ich bin bei der MAP im Bereich HR Solutions und Consultant tätig. Ich bin als Junior Consultant eingestiegen und bin dann jetzt nach knapp sechs Jahren zum Manager befördert worden. Und das zeigt auch, dass MAP die Mitarbeiter fordert, aber auch fördert. Was mich immer wieder begeistert in unserem Job, vor allem als HR Berater, ist, dass wir den Mitarbeitern der Unternehmen einfach das Leben erleichtern. Die Prozesse harmonisieren, die digitalisieren und das ist das, was uns dann auch täglich motiviert. MAP ist für mich definitiv nicht nur ein Arbeitgeber, das ist im Zweifel auch mal Familie. Wenn du jemanden brauchst, hast du immer jemanden zur Seite. Wir stehen hier nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freundschaft. Ich hab privat auch viel um die Ohren vor einigen Jahren und hab sehr viel Unterstützung gekriegt von MAP. MAP Sports ist im Prinzip die Möglichkeit, dass man sportliche Aktivitäten anbietet von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Ich glaub seitdem ich fünf oder sechs Jahre alt bin, praktiziere ich Taekwondo. Die MAP hat uns sehr stark dabei unterstützt, also zu 100 Prozent. Schrauben am Alltimer bedeutet sehr viel für mich. Ich lebe auch ein Stück weit meine Kindheit mit. Ich schraube an dem Auto, in dem ich aufgewachsen bin. Wir arbeiten zwar nicht direkt mit Fahrzeugen, aber mit vielen namhaften Herstellern, Zulieferern und dann hat man auch so die Brücke zu seinem privaten Hobby. Begreifern tut mich auf jeden Fall die ganze Dynamik, die wir in unserem Consulting haben. Mein Vater ist seit Jahren selbstständig und wollte auch bewusst einen Job haben, der in die Richtung geht. Nicht immer dasselbe, viel Abwechslung und das ist eben der perfekte Job bei MAP. Hier. Ihn. Warte, ich frage nochmal. Meine kleine Seite macht dran weg, du. Ach, der Junge, da ist der Kopf. Highlandsplay. Mal nochmal neu. Quatsch erzählen, aber...